Es steht da so drunter, so ein Bild, der ist unter dem Baum. Haben wir wahrscheinlich Glück. Dann treten wir mal, dass wir schneller vorankommen. Die Fl representation auf der Flanft, den ich immer wieder bedenkehren kann. Und das sehr gut ist, dass wir schon mit der Flanft an涼 sein können. So, wo ist es eigentlich? Die Flanft hat das Flanft. Das sind die Flanft. Die Flanft. Ja! Ja!